So, da sind wir wieder bei Splatoon und es ist mal wieder Zeit für ein Splatfest, aber dieses Video habe ich ein paar Tage vorher aufgenommen. Ich zeige, ich erzähle euch auch dann gleich die peinliche Hintergrundgeschichte zu dem Ganzen. Zuerst aber starten wir mal das Spiel, wenn es starten will. Ach, zuerst die Nachrichten. Ja, die Nachrichten, wir kennen sie ja. Ja, ich mache den Ton mal ein bisschen leiser und erzähle noch ein bisschen, so, ja, wer ist dabei? Und die Welle. Subiri CityCut und Anarchos Plattcast, ja, sind auf Sendung. Die reden immer so schnell, das kann ich gar nicht alles vorlesen, aber ihr kennt ja die Nachrichtensendung von unseren drei Hübschen. Und es ist frisch reingekommen und zwar super wichtig, ja super wichtig, was bringt die Flossen zum Flattern? Ja? Ja, Momentchen, Momentchen, das Thema, das Thema, hm, interessant, interessant. Ja, sag schon, ach, jetzt, 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 jetzt spann uns doch nicht auch so auf die Folter. Oi, 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 das Thema, liebe Hörerschaft. Ja, das Thema, Trommelwirbel, Bäm! Hm, hallo? Ja, was würdest du für einen Tag mieten? Palast, Vergnügungspark oder Strand? Und, da das Plattfest, wenn das Video jetzt schon hochgeladen ist, ja schon im Vollgang ist, wusstet ihr natürlich davon schon. Ich wollte, ich hätte dieses, wollte, ich hätte dieses Video schon letzte Woche, äh, machen sollen oder hochladen sollen. Aber, was soll man sagen, zu wenig Zeit, zu wenig, vielleicht auch zu wenig Lust. Und, dann, auch noch 34 Grad im Schatten. Äh, das Wetter zur Zeit ist wirklich echt, ist wirklich echt unangenehm. Es ist sehr heiß, äh, es regnet, es bleibt aber warm und es ist wirklich, also ich fühle mich an manchen Tagen wie im Gewächshaus. Ähm, äh, im Haus drin geht es ein bisschen, aber trotzdem, es ist, es ist unangenehm. Ähm, und, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber, ähm, ja, ihr wisst ja, ich mache die Videos hier nur so zum Spaß, um festzuhalten, was ich gerne spiele. Und, ähm, wenn es den einen oder anderen interessiert, es hat ja vor ein paar Monaten, wo ich über das Ende von DestinyCast berichtet habe, hat mir tatsächlich jemand geschrieben, hey, äh, kannst du unser neuer Splatoon-YouTuber werden? Ja, ne, sehr, 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 sehr gerne. Aber wie gesagt, ähm, ich habe leider keinen 8-Stunden-Arbeitstag, um, äh, um mich um Splatoon zu kümmern oder YouTube zu kümmern. Deswegen, wenn ein Video kommt, dann kommt es eben. Und jetzt kommen wir aber wieder zum Thema zurück. Während die hier im Hintergrund, äh, darüber reden, was jetzt besser ist, ein Strand, ein Palast oder ein Freizeitpark, äh, möchte ich dazu sagen, also ein Strand zu mieten, muss ich sagen, wäre ein bisschen komisch, weil, wenn man im Urlaub ist, zum Beispiel, wo schon ein Strand ist, dann finde ich persönlich, finde das besser, wenn da auch andere Leute dabei sind, ohne neue Season. Ja, wunderbar. Die geht noch bis 1. September übrigens. Ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Dann ist es eigentlich schöner, wenn man da nicht alleine ist oder nur mit einem ausgewählten Bekanntenkreis. Ich weiß, es gibt Millionäre, die haben ihren eigenen Strand, aber das finde ich ein bisschen lame, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dann gibt es auch wunderschöne Strände in Deutschland und, äh, äh, nicht als an größeren Seen oder an, auch sogar an, an irgendwelchen Flüssen, aber ich will mich jetzt nicht so stark aus dem Fenster rauslehnen. Also einen Strand mieten, ähm, da müsste man dann schon wirklich ein Mega-Event haben, dass man jetzt, was weiß ich, eine Mega-Geburtstagsparty oder irgendwas feiert, wo man sagt, okay, wir wollen den Strand für uns alleine haben. Dann möchte das Sinn machen. Aber, nö. Ähm, weil ein Strand ist ja ein Strand. Der hat ja nicht mehr zu bieten. Dann einen Palast. Auch hier ist natürlich die Frage, ähm, wofür eigentlich? Und dann auch noch für einen Tag. Also wenn, dann will man vielleicht in einem Palast wohnen oder wäre für natürlich cool, wenn man sagt, ähm, oh, der Salman Run hat ein Update, cool. Ähm, neue Monster. Ähm, was will ich jetzt sagen? Ähm, wenn man natürlich da irgendetwas vorhat, also für eine Hochzeit oder sowas oder für ein Event, wäre das natürlich auch ziemlich cool. Aber ein Freizeitpark, wenn, äh, die Voraussetzung ist natürlich das, was man gerne hätte, ne? Also wenn, Palast kann man ja sagen, keine Ahnung, Schlössner Schwanstein oder so, äh, oder ein Strand, ein Strand auf Hawaii, ne? Ja, aber wie gesagt, wenn man sich einen Urlaub da leisten kann, was muss, warum soll man da einen Strand mieten? Das macht ja keinen Sinn. Freizeitpark, ja, wenn man sich den aussuchen könnte, welchen man will, dann wäre meine Wahl eindeutig das Disneyland. Mal, ich persönlich, das Disneyland Paris. Ich habe zwar nur das Disneyland Paris bisher, äh, selbst persönlich gesehen. Ähm, und die anderen Disneyland, Disney Freizeitparks noch nicht, nur in Videos. Aber auch von, von den Videos her und allem drumherum, gefällt mir Paris immer noch am besten. Nicht nur, weil ich schon selbst dort war, sondern es gefällt mir einfach am besten Paris. Und hätte ich jetzt wirklich Milliarden auf dem Konto und keine Ahnung, pipapo, dann würde ich tatsächlich, und wenn das natürlich möglich wäre, also wenn die einverstanden wären, würde ich tatsächlich das Disneyland Paris mieten. Aber, ähm, für einen Tag ist natürlich so ein bisschen Banane, ne? Weil, äh, ich fände es ober-mega-cool, äh, in einem Disneyland zum Beispiel eine Convention abzuziehen, eine Ferry-Convention. Man stelle sich vor, man hätte das ganze Disneyland Paris einschließlich der ganzen Cast-Member, der ganzen Mitarbeiter dort rundherum und tralala, ähm, für eine Convention. Das wäre ja mega, äh, aber, äh, nur für einen Tag, hm, also da wären mindestens drei, vier Tage, wenn nicht sogar eine Woche, äh, wären, müssten da dann schon drin sein. Aber, auf der anderen Seite, so eine Ferry-Convention, die lebt ja davon, dass sie sich selbst gestaltet. Und, das Disneyland, oder überhaupt ein Freizeitpark, ist ja sehr themenspezifisch. Und, von dem her, ja. Aber, wie gesagt, Freizeitpark wäre meine erste Wahl. So, ich lasse die Gummistiefel an und ich wähle den Freizeitpark nicht nur wegen, hallo, Freizeitpark oder Vergnügungspark, sondern auch wegen der Farbe, weil ich endlich mal wieder Blau spielen möchte. So, und ich hole mir auch gleich das Shirt ab. Also im Hintergrund sieht man den Drachenkopf, wo, äh, schon fleißig aufgebaut wird. Und, so, das Shirt, ich weiß nicht, das zerrissene Shirt, irgendwie hat's was, aber, oh, das ist richtig schön. Richtig schönes Blau und in Kombination mit Gummistiefeln, ich kann mir nicht helfen. Ich finde meine Gummistiefel einfach klasse. Ja, es gibt auch neue Schuhe, oh, die sehen auch, oh, die sehen auch gut aus. Aber, ich möchte das so lassen und ich möchte die Goggles, na, diese Helme, die gefallen mir, gefallen mir irgendwie gar nicht. Also, wie gesagt, die Goggles, die, den Feuerwehrhelm und die Gasmaske, das sind so meine Favorites oder einfach ein Stirnband. So, ich bin voll ausgerüstet. Dann würde ich sagen, ja, noch Fotos machen. Ah, apropos Fotos. Ähm, dass ich, äh, von, äh, Twitter und dem Ganzen drumherum mega enttäuscht und mega sauer bin, das wisst ihr ja, das ist ja kein Geheimnis mehr. Da bin ich auch nicht der Einzigste. Ähm, und ich weigere mich, es X zu nennen, weil X ist einfach ein dämlicher Name für eine, für eine, ähm, ja, für eine Mini-Blogging, äh, Seite. Oh, barfuß gibt's wieder. Ah, das sind diese Fußbändchen, die, die kann man, na, bestellen kann man sie nicht. Salmon Run, äh, Salmon Run am Berg GmbH. Also, wissen wir mal wieder, warum wir mal wieder in die Berg GmbH arbeiten müssen. Ähm, ja, ähm, ich weigere mich, das Ding X zu nennen. Ich finde es einfach mega dämlich. Ich, wie gesagt, ich bin, und da bin ich nicht der Einzigste, ich bin der Meinung, wenn man seine Firma X nennen will, dann darf man das gerne tun, aber Mr. Musk hätte Twitter mit seinem Logo und allem einfach in sein X integrieren können. Hat aber nicht gemacht und, ähm, nicht nur, äh, dass die ganzen, äh, bezahlblauen Häkchen die, äh, Nutzer verwirren und einfach seriöse, äh, Profile vorgaukeln, was ja jetzt, äh, eine, eine Klage wieder gab und, äh, Elon Musk muss wieder ordentlich viel Geld bezahlen, aber er soll nicht nur Geld bezahlen müssen. Er soll es auch einfach irgendwelche, irgendwelche Restriktionen kriegen oder ich, keine Ahnung, das kann ja nicht so weitergehen. Ähm, ähm, nein, es gibt jetzt auch die Funktion, dass man auf Twitter, ähm, Screenshots, äh, von der Nintendo Switch, äh, teilen kann, ist abgestellt. Es ist jetzt nur noch auf Facebook möglich und, äh, wie gesagt, ich mache das natürlich auch gerne über Facebook, aber der Nachteil bei Facebook ist, man kann im Gegensatz zu Twitter, kann man nicht einfach irgendeinen beliebigen Account dann aussuchen, wo man es teilt. Also ich hätte dann entweder auf dem Kip Supernova Account oder auf dem Kip Splat Account auf Facebook, weil ich habe auch ein, ein, ein Splatoon, nicht Account, also eine Seite, ne, ähm, auf Facebook, aber da Facebook nur mit Realperson, äh, als Account zählt, äh, ja, werden die Bilder oder die Screenshots von der Switch, also nicht nur so ein Splatoon, sondern generell von der Switch, auf der, ja, auf der, ja, auf der, auf der Realperson-Seite, Account-Seite von Facebook, äh, geteilt. Und das finde ich so ein bisschen Banane, weil auf, ja, da, da, da kriegen es eben einfach wirklich alle mit und unter dem Realnamen, das heißt nicht Kip Supernova oder Kip Splat, teilt dann etwas von, von der Switch oder von Splatoon, sondern eben, ja, Hans Dampf, ne, ähm, und das finde ich so ein bisschen bescheuert, aber ich, ich habe einfach keine andere Wahl, weil ich die Fotos ja nicht, sonst von der Switch runterkriege, damit ich sie verarbeiten kann, damit ich sie teilen kann oder, äh, Thumbnails machen kann. Was ich mir auch schon überlegt habe, ist, dass ich ein Instagram, äh, Profil, wo ich eben nur die, äh, Splatoon-Screenshots, äh, teile, ja, Instagram, Instagram wäre auch eine Möglichkeit, das wäre vielleicht für Nintendo eine, eine Idee, ähm, oder an Nintendo eine Idee, dass man auf Instagram, äh, Screenshots von der Switch, äh, teilen kann, kommt vielleicht noch, wenn jetzt dann Twitter nicht mehr dabei ist. Und, ähm, deswegen werde ich auch auf, äh, Twitter nichts, also wirklich gar nichts teilen oder posten oder twittern, ich sage immer noch Twitter, ich sage nicht posten, das ist bescheuert, ähm, was jetzt dann beim Splatfest oder überhaupt Platsch, ja, das ist fies, ähm, passiert, weil, wenn die, äh, wenn die diese Funktion nicht mehr haben, ich weiß nicht, ob es Nintendo war, wo gesagt hat, äh, wir wollen mit, mit X nichts zu tun haben, oder ob es, äh, ob es, äh, Mr. Musk war, äh, der das abgestellt hat oder abstellen wollte, keine Ahnung, vielleicht hat er ja, so wie von, äh, wie, wie ja Disney, vielleicht hat er auch, äh, 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 Nintendo beleidigt, ja, das kann ich ihm gut, das kann ich ihm gut vorstellen, ähm, will ich zum Splatfest dort nichts teilen. Das wird dann auf Threads geteilt, Blue Sky, mal gucken, weil da Blue Sky ist nicht wirklich viel los, ähm, oder eben dann, äh, Facebook, das überlege ich mir dann wie, aber ich denke, Threads. Und natürlich hier auf YouTube. So, die letzte Minute läuft, ähm, ich habe momentan diesen Wannschwabber, der, äh, Wannblubberer-Schwabber, der, ähm, richtig toll ist, weil ja die, 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 die Seifen, äh, die Seifen, die Tintenblubberblasen auch von den Wänden so abprallen und dann überall verteilt werden können und es hat auch eine ziemlich gute Reichweite, aber, wie gesagt, ich bin eher, na, und schon wieder dieselbe Stelle, ich bin eher so der Einfärbtyp und nicht so der Killertyp, von dem her, ich werde gekillt, deswegen nennt man das auch Tintenkiller, ja, und, ja, aber es macht nichts. Oh, ich habe sogar, oh, den Ink Ninja. Und nochmal hat mich die Kugelkugel erwischt, aber das macht nichts. Spiel vorbei. Und wir gucken auf das Endergebnis. Peng. Jawohl. Blau gegen Gelb. Blau hat gewonnen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass jetzt nur noch die Sieger eingeblendet werden und nicht das eigene Team. Und dann steht da oben auch noch verloren. Das ist so ein bisschen fies, aber, naja, was soll's. Gut. Ja, dann soll's das für dieses Video gewesen sein. Ich habe noch ein bisschen, äh, äh, weitergespielt, natürlich. Und ich zeige euch, äh, ich zeige euch im Anschluss von diesem Video, was mir peinliches letzte Woche hier passiert ist. Ich komme gleich zurück. Bis gleich. So, ja, mittendrin im Geschehen. Jetzt bin ich blau und der Gegner ist gelb. Es ist wieder dieselbe Map. Ähm, richtig wild, richtig cool. Also, einfach mal mitten reintauchen. Ähm, ja, nein, was ist mir passiert letzte Woche? Oh, dieser Ultrastempel. Ähm, ich erzähl's nicht. Ich will's euch gleich zeigen. Das wird ein bisschen ein längeres Video, weil das nächste Video wird dann tatsächlich, werden dann tatsächlich die Splatfest-Videos sein. Ähm, ähm, boah, rückwärts runtergefallen. Na toll, super. Ähm, ich arbeite immer noch daran, die Switch, äh, mit dem Computer zu koppeln, damit ich auch, äh, dann auf der Switch livestreamen kann. Menno, menno, es wird auch in diesem Jahrhundert noch, äh, passieren. Ähm, das kann doch nicht so schwer sein. Es kann doch nicht so schwer sein, da rauf drüber zu springen. Wasserspiegelfeld, ja, das hab ich gemerkt. Super. Ähm, aber hier, das wär ein super Ressort. Ja, so ein Freizeit-Ressort. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn's in Japan irgendwann ein Splatoon-Freizeitpark gäbe und wieder, wo die Maps von Splatoon so nachgebaut sind. Das wär richtig cool. Oh, wär das cool. Also, bei Pokémon hat man ja schon recht früh, äh, wupp, hat man ja schon recht früh in Real Life Dinge nachgebaut, wie Poké-Sender und so. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt im Disneyland, aber es ist ja nicht Disney. Gibt's da eigentlich ein Nintendo-Land? Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall. Splatoon würde sich wirklich dafür einigen eignen, für ein Freizeitpark oder Themenpark. Weil Fans gibt's genug. Es gibt auch genug, äh, Möglichkeiten, ähm, da etwas in Real Life, äh, umzusetzen. Es ist wirklich, also, Merch wäre, wäre verkaufbar und, äh, natürlich so reale Tintenschlachten, vielleicht so in Form von Paintball oder so, keine Ahnung. Ähm, und die Maps natürlich nachgebaut. So, als, als, als Ressort und auch die Hotel, und auch vielleicht ein Hotel oder so, also, in dem Style. Also, das wäre wirklich, das wäre wirklich cool. Also, da müsste man aber natürlich dann nach Japan reisen. Hehehe. Hehehe. Puh, naja. Ich will, jetzt habe ich vorhin die Animation vergessen. Ja. Ja, jetzt. Vorhin habe ich die Loser, die Loser-Animation vergessen. Ähm. Ja, ja, naja, egal. Es ist ein bisschen chaotisch, ihr wisst ja. Ähm. Es ist, dabei sein ist alles. So, ich gucke jetzt mal, ich blende jetzt mal ein, was mir letzte Woche passiert ist. Moment. Okay, Stufe erhöht, wunderbar. Bis gleich. Ja, letzte Woche, Samstagmittag, stehe ich auf dem Inkopolis-Platz und denke mir, okay, der Drachenkopf ist immer noch da, so im Aufbau. Was ist los? Ist es verbuggt? Naja, vielleicht muss ich erstmal in den, in den Spielmodus rein oder vielleicht doch nicht. Ich gehe mal runter zum Plakat. Warum ist kein Splatfest? Warum ist hier nicht Party? Das ist ja komisch. Hm. Vielleicht muss ich in die Lobby rein, um irgendwie das to triggern. Es gab ja schon mal diesen Bug, wo plötzlich alles ganz anders war und kein Splatfest war. Hm. Aber hier sieht auch alles aus, wie immer. Jetzt gucke ich mir mal die Nachrichten da oben an. Nee. Das sind die normalen Nachrichten. Gehe ich wieder raus, denke mir, okay, vielleicht soll ich mal ans Display gehen und nochmal auf das Termindatum Stingens gucken. Übrigens, mit den Tentakelhahnen sieht der Inkling richtig gut aus. Aber er sieht fast immer gut aus. Ich gucke mal auf den Datum und sehe, ähm, ja, jetzt kommt das Datum gleich vorbei. Ja, ja. Randzoomen ist ein bisschen doof. Und da steht der 13.07. Äh, und das ist nächste Woche. Also das war letzte Woche, nächste Woche. Ja, ich, ähm, ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass man fast zwei Wochen lang, ähm, sich für das Splatfest, äh, entscheiden kann. Ja. Gut, dann hatte ich eben jetzt noch Zeit zum Trainieren. Kein Druck. Und, ja, das ging wohl daneben. Und, ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich trainiere jetzt hier noch ein bisschen und im nächsten Video geht's dann ums. Sind wir dann schon auf dem Splatfest. Also wirklich auf dem Splatfest. Bis dann, äh, ja, bleib fresh. Kipp Supernova over and out. Out.